Ich bin Nicola Eckerlein, ich habe heute auf dem Buchcamp eine Session gemacht zum Thema E-Book-Support. Dies ein bisschen eingereiht in die Prototype-Initiative vom Börsenverein, weil wir uns da in einem Projekt mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben uns hauptsächlich mit Buchhändlern ausgetauscht in der Session, mit was für Problemen sie von den Kunden konfrontiert werden und wie sie ihren E-Book-Support auf der Fläche händeln. Wir haben da ganz, ganz, ganz viel interessante Impulse nochmal gekriegt, auch wie wir dann nochmal weiter darüber nachdenken müssen, wie wir auch unsere Branchenlösung, die wir da entwickeln wollen, vielleicht nochmal anpassen. Und zum Beispiel zum Thema Verkehrsordnung, das gibt es ja für Printbücher, für E-Books gibt es sowas unseres Wissens zum Beispiel noch nicht. Da könnten wir vielleicht nochmal nachdenken, wie man auch überhaupt Reklamationen abwickelt. Da müssen wir nochmal einen weiteren Blick drauf haben.